Seid ihr bereit für diese schlacht leute So jetzt wir fingern Oh scheiße Ok gehen wir bitte Geh ich wohnt Ok gehen wir bitte Weck mich aus Ok ich gehe Zwei eins Wir fingern Leute herzlich willkommen wieder bei Nick Nächste Folge von Hero of the Storm Äh eigentlich Achso das ist Frank kein Feind Sind wir an Arsch gezogen Arschkarte gezogen Komm 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 ran LOL Komm Ich gehe Oh 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 LOL Fick dich Sch Scheiße Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Schneller. Talent. 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 FÜCK DEI! MANN! AU-automatischer Angrech heilen. okay das passiert mehr schaden ach so wenn ich kann halt nicht automatisch die Jagd geht weiter verarschen uuuuuh das war so stark so gesund ja los ach so aber wieso habe ich das nicht gemacht jaa passt schon oh oh ich bin nicht so zufrieden was fick dich kannst du dich verpissen läuft ich muss zurück wie ihr wünscht sieht aus als ob es dir nicht so gut geht such dir am besten einen heilbrunnen aaa 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 Oh, Falle ist nicht schlecht, finde ich. Oh, oh, komm hier, Mann! Fuck! Fick dich! Ja, fick dich, ganz ehrlich! Mann! War so gut! Wo ist der? Ja! Komm! Die haben wahrscheinlich Ultis, aber ich die noch nicht, ah lol! Also mein Team! Na geil! Oh, machen wir das! Ja, das ist schon gut! Das schießt alle Rüstungen! Oh! Loll! Ja, woher kommt der Bastard? Ah, okay, so ausstrahlen wir ihn doch nicht. Hm. Ein knuger Schachzug. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Röchter, lasst keinen dieser elenden Stärklichen in ihre Nähe! Wieso? Wieso? Wieso habe ich mich... Fick dich! Ganz ehrlich! Wie? Ja! Ich bin nicht schach genug! Was mache ich falsch? Ich bin nicht schach genug! Ich bin nicht schach genug! Alter, wie stark ist der? Will mich verarschen! Er hat mich komplett schlimm weg und ich schaffe nicht sein Ganzen! Vielleicht haben wir uns gegen den Gegner. Dann muss ich mal nach Hause gehen, dass ich da gehe, glaube ich. Ah, du meinst, du sagst noch. Ja, lol, fick dich, ganz hellig! Ja, heils, ich bin dahinter, Thor! Die Magie schlummert im Inneren der Tempel, bis ich mich entschließe und entfässe. Die Jacht geht weiter. Ja, endlich, meine Güte! Oh, ja! Oh! Der Tod erwartet euch. Der Tod erwartet euch. Der Tod erwartet euch. Schlimm und lauflos. Das Licht der Sonne in den Wind wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erschwarten. Die Jagd geht weiter. Ja und jetzt. Ehhh. P-p-p-p-p-p-p-p-p. Ja, machen wir das. Komm, komm, komm. Komm, komm. Nein. Der Bastard. Der Bastard sieht knapp aus. Ich glaube, wir leben hier. Ich bin immer noch tot. Und jetzt. Auf geht's. Wie ihr wischt. Ist das fucking ernst? Schaff das nicht allein. Schaff das nicht allein. Sagt mir. Was soll ich ihnen machen? Schaut mir in den Kommentaren. Was für Fehler habe ich gemacht? Wenn ihr seid besser als ich in Hero System. Ich hab selten geschmackt. Fehler war ich ziemlich gut. Aber danach haben wir es nachgelassen. Und dann. Ich bin scheiße, ey. So. Oh. Sieht böse aus. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald. Was habe ich gemacht? Der Tod erwartet euch. Was? Woher kommt der Bastard? Ja, der ist schon wieder hart. Voll Leben. Woher kommt der Bastard? Nein, nicht. Die Magie meiner Tempel versiegt. Geht und führt euren erbärmlichen Kampf fort. Ja genau, das mache ich. Und danach hoffe ich, wird es besser. Die ist zu. Ok, schauen wir mal. Oh, 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 was haben die gemacht? Ja, ja, was ihm Care? Ja, ja, was ihm nicht am. Das sah I peinen. Das sah ich um. Ja, ja, was ihm nicht and. ich gebe alles was ich ge- ja lol endlich aber ich bin so- die Ampel an jaaaaa wie macht der er ladet sein ein viertel Leben auf einmal so OP ist er oder was so Leute das war's ich dankeschön für das zurückgeschauen und wir sehen uns nächstes Mal Ciao